Laut den aktuellen Medien und dem Verfassungsschutz gibt es in der Bundesrepublik Deutschland so viele Spione wie lange nicht mehr. Und wenn wir ausspioniert werden und vielleicht auch Wanzen, also Abhörgeräte in Alltagsgegenständen verbaut sind, bin ich mal gespannt, ob uns da eine Wärmebildkamera bei der Suche helfen kann. Musik 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 Musik